Die Munition, unser Leben sehen auch noch gut aus. Ja, ist ja jetzt doof, ne? Boah, reich Käse, ja. So, wo kommen wir denn hier lang? Verschlossen. Hochkommen, glaube ich auch nicht. Hey, hallo! Du? Ich bin noch hier mit Akuma. Okay. Boah, oh krass. Oh. Äh, hallo. Oh, der macht gut Schaden, der Shit. Hab ich ein bisschen unterschätzt. Ja, danke, aber bitte. Ja, es kann Ihnen etwas gegen die Schmerzen geben. Oh, doch! Warum ist das grün? Ich werde genau hier warten. Ja, besser ist es. So, hallo. Okay, dafür brauchen wir den Professor. Oder? Ja, wir brauchen den Professor. Und zack, 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 zack. Wieder einmal Tür öffnen. Tja, da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Also, was, was, schönen Zuschüsse, Alter? Ihr habt die Welt ins Chaos gestürzt. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr habt es getan. Warum? Der eine wäre da noch drin gewesen, ey. Na gut, okay, wir haben auch hier mal einen Haufen Munition. Was? Ja. Wir können... Ja, runter, zack. Äh, waren wir hier schon drin? Okay. Ja. Von mir aus. So. Äh, tü-tü-tü-tü-tü-tü. Wo? Hi, wie geht's? Ihr bleibt doch hier, Kollege. Hallo. So, ich nehme an. Und... Gehe ich nicht zu. Weichei. So. Hey, hallo. Äh, wir müssen jetzt irgendwo hier drüben wieder rauskommen. Hier geht's nicht weiter. So, im Kreis gelogen. Aber ich weiß, glaube ich, schon, wenn wir rauskommen. Der Ausgang ist nämlich hier irgendwo. Na, oder einfach nur, ja, ja. Na gut. Hier kann man bestimmt Wasser auflassen. Genau. Und dann kommen wir hier auch raus. Zack, den Kollegen haben wir schon gelegt. Die... Da sind wir gerade rumgelaufen. Nicht sehr gesund aus, ehrlich gesagt. Na gut. Na gut. Hallo? Du hast ein bisschen Muni bei uns, hast du? Ja. Okay, wir haben echt eine Menge Munition. Soll ich mal so feststellen. Die... Würde ich sagen, benutzen wir mal diesen ganz, äh, ganz unauffälligen Hebel hier. Was? Ey, nehm ich mit und nicht auf die Stromschede fallen. Und schon dann denken. Und dann... Ich kann mich mit ihr nachdenken, was denn... Wie ist die Menge? Ach so. Wie ist das denn? Und Munitionen habt ihr genug, ne? Ui, achso. Äh, Mist, Aua. So, mal fixen, ein bisschen heilen. Oh, händischens komplett voll. Oh, was? Was? Was hier unter Wasser ist? Ja, klar, ne? Was ist das? Der riesige Müllschlucker, oder was? Naja. Ja, weil extra noch ein bisschen Munition liegt, ja? Ja, ja. Ich setze mich jedes Mal zehn ab. Oké. Oké. Ah, come up. So, mal fix voll an und hoffen, dass wir nicht wieder ins Loch fallen. Und eigentlich wechseln? Äh, guck schon. So, also Tastator sind wir schon. So, verschiedenes. Schnell speichern, F6. Ich werde mal schnell laden, vorsichtshalber auf F9 machen. Äh, das war nicht auszusehen, wenn wir speichern wollen. Laden. Gut. Warte mal, fahren wir nicht in das kleine Loch. Uh, Munition. Und umher Munition. Mit Pflicht. So, das Tier. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Hier. Ich hab die immer Hunde genannt. Warum soll man dann ins Wasser krabbeln? Ah. 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 Du, 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 du. Uh. Oh, da. Alter. Das Spiel. Okay. Zack. Danke. Wie kommen wir hier lang? Jetzt noch unten. Also, da kommen wir auch so hin. Gut zu wissen. Mal erst mal, was hier ist, he. Hallo. Iiii. 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 Das scheint ja der richtige Weg zu sein. Iiii. Iiii. Was alles rum kreucht und fleucht. Das ist ja. Wie war das? Wie war das? Ist da nirgendwo an der Treppe? Kann ich den komischen Sprung nicht machen? Warte mal, warte mal. Aha, so, dann, gehen wir vor einer verschlossenen Tür, was, komm hin, lass mal rein, hi, hier geht's in die Suppe, hier gibt's Medis, will ich hier in der Suppe rumlaufen, ich hab keine Ahnung, was da für eine Brühe ist, ne, so, hier kommt man raus, wenn man im Wasser gelandet ist, oder, und hier, das muss ja bestimmt, und, und wieder oben lang, oder? Budo? Budo? Äh, muss ich schwachen, das hin? Nein, hier unten muss ich bestimmt nicht rein, halte ich jetzt mal einfach von Gerücht? Hä? Äh, muss ich denn da hin? Bin ich kaum ein bisschen, äh, verwirkt. Äh, hä? Ich bin grad schwer verwirrt. Ich bin grad schwer bewir amis, ja. Äh, wie, wie viel Turnsas ir das Everest nenntest? Ja, der ist so schwer, weil ich dir jetzt mal weg даже weg dont ich hier verschlosseneineckeckeckekeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckelage und wie alt ist sie ohne nur unterschiedliche Härte awakeninhas Diese Wenn Station zu werden, ein den Raum so den Weg tun besteh das Wort nicht ganz nur auf der anderen Seite kuppen drüben jetzt kann ich aus dem wasser springen oder die kommen schon drauf ach komm schon jetzt fährt die weiter hier oder was die kiste irgendwas die passt ja auch nicht durch nur Meine Fresse. Boah, spring doch. Ich schaffe es auch hier, mich doof anzustellen, du merkst. Genau da hängst du jetzt. Das ist doch nicht wahr. Komm. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Warte mal, warte mal so. Das ist doch nicht wahr. 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 Oh ja. Hä? Ich verstehe das nicht. Bin ich wirklich so doof? Ich bin wirklich so doof. Ich bin wirklich so doof. Ich bin wirklich so doof. Okay. Wenn wir uns auf beiden Seiten in der Stadt nicht rauskommen. Ich vielleicht eine Kisse und ein Wasser ziehen. Jetzt mit zum Fass. Das war auch so ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß partout nicht, wo es hier sein soll. Weiß partout nicht, wo es hier sein soll. Wie? Wie? Oh Gott. Die Tür geht nicht mit E auf. Wenn ich hier stehen bleibe und E drücke, das ist jetzt gar nichts. Ich muss einfach dagegen, Alter. Das ist jetzt schon ein bisschen... Ja. Dämlich, oder? Wie lange habe ich jetzt hier rumgedattelt? 15 Minuten locker? Ja, na gut. Wird mal ganz dezentig zu speichern. Champion One Abenteuer, ja. Oh mein Gott. Kann ich hier runterfallen, wenn ich mich drauf stelle? Wenn ich mich drauf stelle? Nein. Nein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh mein Gott. Ich bin hier. Und da kommen wir jetzt. Hallo? Hallo? Achso. bürokomplex bevor wir weiter spielen mache ich jetzt mal eine ganz ganz kurze pause und so fünf minuten bin ich wieder da mann ja 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 wir ignorieren das was gerade alles passiert wie gesagt fünf minuten pause geht es gleich weiter